So, ihr wollt auf movaking.de So, da geht ihr hier drauf, direkt verbinden, also auf mehrspieler und direkt verbinden. Da gebt ihr dort ein movaking.de Dann joinet ihr schon auf unseren Minecraft Minigame Netzwerk. So, und damit sage ich ein hecht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute sind wir auf movaking.de, also wir sind auf dem Movaking Kanal. Und heute stellen wir mal den Server so ein bisschen vor. Als erstes spawnt ihr so, wenn ihr da vorne hinläuft, da kommt City Build. Dort bin ich hier Moderator, ich bin TümmlerTV, ich bin hier Moderator. Und WaschiException ist Admin, Jona301 ist auch Admin, JohanTan ist Mod. Join mir mal auf City Build. Dort gibt es zur Zeit kein Spawn, deswegen... So, Moment. So. So, wundert euch nicht mit dem Leben. Dadurch hielen wir uns mal ganz was mit Slash hier. So, mit Slash PH, Slash P Auto könnt ihr euch ein Grundstück holen. Aber mit Slash... Aber ich... Braucht das ja nicht, wenn wir nicht fertig sind, dass wir schon ein Grundstück bereits haben. P, Delete. Also mit Slash PH kommt ihr zu eurem Grundstück. Oder wenn ihr Slash PH und JohanTan eingibt, dann kommt ihr zu denen auf sein Grundstück. Dort befindet man dann hier. Mit Slash PH kommt ihr wieder in die Lobby. Ich kann nicht in die Lobby, deswegen will ich slash send. So. Jetzt hier ist die Build. Dort gehen wir jetzt auf Knockout. Ist auch ein cooler Spielmodi. Es gibt zwei Maps. In 10 Sekunden kommt es neue. Diese Map heißt hier Levis. In 3, 2, 1. Die Map wurde geändert. Jetzt immer... Sie sagen, wir wieder die Levels. Jetzt mit Slash Change könnt ihr die Kit ändern. Das können ab... Als ab YouTuber. Slash Hub. Slash Hub geht zur Zeit nicht. Deswegen müsst ihr euch dann immer jedes Mal reconnecten. Das wird bald behoben. Es gibt One Line. Hier bei One Line könnt ihr mit euren Spielern spielen. Slash... 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 So... Man kann dann schon warten. Hier gibt es auch ein paar Features. Wasserpartikel, Wolkenpartikel, Feuerpartikel und grüne und Herzpartikel. Und hier in ihren Herzpartikel abläuft der so rum. Das gefällt mir gut. So... Hoffentlich ist dieses Video gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, um nichts weiter zu verpassen. Da kommt immer Updates und so von mir. So... Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Probleme habt oder so, kommt in den Tube Support. Der Teamspeak bedeutet ts.movacling.de ist die IP. Das war's mit dem Video. Und lasst unbedingt Daumen nach oben da. So... Habt euch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß auf dem Server. Die Eröffnung ist am 20.06.2019. Viel Spaß!